Wir waren schon immer interessiert in etwas Neues. Herr Knecht ist ein leidenschaftlicher Bastler, ein innovativer Mensch. Wir haben gedacht, wenn wir die Kübelbahn schon austauschen müssen, dann gehen wir nicht den Weg weiter, wir gehen auf eine Pumplösung. Wenn man so etwas angeht und man muss die Mitarbeiter zu einem Maulensystem überreden, dann müssen sie einfach dranbleiben. Sie müssen überzeugen und wenn die Leute dann einfach dieses Prozedere, dieses einfache Prozedere des Handlings verinnerlicht haben, dann funktioniert es. Wir konnten dann durch den Einsatz der Pumpe die Übergabestation ausbauen und haben eine zusätzliche Trockenkammer und der Platz, wo die Kübelbahn in die Halle gefahren wurde, ist jetzt seine Produktionsfläche. Wir können also ganz klar sagen, 20% Effizienz mehr durch den Einsatz einer Pumpe. Wir würden sicher immer wieder für eine Pumpenlösung entscheiden. Erstens, wir sparen Platz und zweitens, der Beton steht kontinuierlich zur Verfügung. Auf diese andere Weise haben wir einen sehr viel durchgegebenen Ablauf in unserer Umlaufanlage. Für den Fertigteil war es unbedingt von Vorteil. Mit der Putzmeisterpumpe ist das gar kein Problem. Verschiedene Betonqualitäten, auch mit unterschiedlichen Steifigkeiten, zur Pumpen. Wir schauen uns dieses Fertigteil an. Sehr steifer Beton, weil diese Oberfläche wird händisch bearbeitet. Wir haben festgestellt, dass wir mit der Firma Putzmeister einen Partner gefunden haben, die uns auch für unsere spezielle Lösung entwickelt haben. Wir haben diskutiert, was geht, was geht nicht, wo ist unser Ziel, wo kann uns Putzmeister unterstützen. Sodass wir sagen können, wir kriegen hier wirklich für uns eine zugeschnittene Lösung, die tatsächlich auch zu den Bedürfnissen der ProMagnet passen.